Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danny YP. Und mein Name ist Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zur Let's Play Donkey Kong Tropical Freeze. Das kann ich schon vergessen. Aber trotzdem, ich lasse es mal durchgehen. Wir sind hier wieder mal stehen geblieben im Durchhänge-Drama. Wir wollen es jetzt endlich mal machen. Ja, mit 71 Leben. Damit können wir nicht Game Over gehen. Und wenn wir damit Game Over gehen, dann dürft ihr uns sogar noch in den Kommentaren beschimpfen, dass wir Noobs sind. Obwohl wir halt schon wissen. Ja. Ich habe die Level gar nicht mehr in Erinnerung, aber... Ich auch nicht. Das ist mittlerweile zwei Wochen her. Aber das war schlimm, das weiß ich. Ja. Oh nein. Nicht das. Oh Gott. Fass mich nicht an. Okay, fass mich an. Warum wirst du los? Ich wollte nur von dir loslassen. Wenn ich dick zu über gespielt habe, dann hat das immer geklappt. Hä? Du sollst mich nicht anfassen? Nein, nein, nein. Okay, ich versuche es alleine. 71 Leben. 71 Leben. 71 Leben. Oh mein Gott. Ich komme jetzt wieder, wenn du auf festen Stand bist. Ja. Wir haben jetzt beide nicht, drei, vier Mal schon irgendwie per Aufnahme so... ...gezeigt. Eigentlich dürfte euch das völlig bekannt sein. Nein, und ihr dürft uns darüber natürlich auch immer wieder... Nein. Nein. Ist ja irgendwo wieder fester Stand, ich glaube nicht. Nein. Ich glaube, es ist so schwer, weil er ist der erste verdammte Krale, will ich. Nein. Es gibt tatsächlich Level, die... ... Ja. Und ich habe so große Arme. In Wahrheit hat er keine großen Arme. Nein. In Wahrheit ist er nun abgebrochenen Meter. Ja. Ja. Ich habe große Arme. Da habe ich einen sehr langen Zopf. Ich habe euch bei der ja mal anders gedacht. Der hat einfach nur Arme, nicht. Der hat kranke Gedanken. Kranggegenung. Warum konnte ich nicht? Ich weiß, was war das noch nicht so gedacht. Wie schützt's mich? Ja, ich wusste, ich wusste so. Das ist so. Was ist so. Also, was ich glaube, ich bleibe einfach hier. Und das nicht so machen, damit ich... ...worden einen eigenen Fall, so als Versicherung gedacht. ich bleibe hier stehen auf einer wenn einer immer geht und wir machen wir machen wir machen wir das selbeste gameplay springen und hier oben und hier lang müssen daran warum ich bleibe hier nein schnell Boah! Schnell! Oh Gott! Sepp! Warte, warte, warte! Nein! Warte, nein! Oh, ich hab... Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck! Boah! Scheiße! Aber komm, wir sind weit! Wir waren weit gekommen! Ich geh, ich geh, ich geh noch zurück! Ja, wegen dem genau! Oh mein Gott, ich hab die Eule getötet! Ich hab, ich hab die Eule getötet! Nein! Nein! Ah! Nein! Wie kannst du ein Eule mal nur töten? Ich wollte sie töten! Sie war so gemein! Ja, ouch! Oh! Also, äh, du bist zu früh! Nö! Ich hab hier keinen sicheren Stand! Ja, ich verfolge dich einfach! Ich stalk dich einfach, ja! Okay, jetzt kannst du kommen! Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich und... Perfekt! Also, so machen wir das echt gut! Ja! Oder... ... 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 sogar zu wissen dass ich jetzt im einzelspieler modus geschafft habe das level ist ja nicht lang das level ist nicht lang aber es ist auch schwer irgendwie nicht normalerweise schaffe ich den sprung aber ich glaube ich da vor diesen dingen ja ich glaube ich weiß wir müssen vorsichtig spielen ja so die einsatz leben so weit gleich wieder weg ja aber am ende müssen wir schnell sein ich warte einfach auf den dinge ich bin mir so ein bisschen dagegen man sich nicht um so eine base machen kann ja so wie bei new super mal was june dann wird das spiel am spiel einfacher sein ich glaube auch das spiel ich glaube ich darauf ausgelegt dass es schwer ist ja im computer auch also der zweite teil war meines erachtens der einfachste teil ich habe ja alle breitungen von country teile geschafft und returns ist auch leichter als tropical freeze hey ich bin hier sicher durchgekommen weiter dann ja weiter da im bluch bitte ist eigentlich wieder mitten drin irgendwo ja ich tue es für unsere ehre was für eine ehre wir haben so weit 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 also da ist echt alle yes oh Gott endlich und das ist das letzte Puzzleteil oh Gott oh mein Gott komm bitte her ich möchte da dass du das mit mir zusammen erlebst du 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 party time ja darf ich dir das geschenk holen ja yeah ja oh ich wusste wir schaffen es wir haben das fünfte ja wir haben wir ein bild und ein diorama falsch das müssen wir uns gleich mal ansehen wir sind die wieder da rein ausgezeichnet ja so schön das ist echt ein gutes gefühl weil wir jetzt endlich mit den ersten fünf welten komplett fertig sind das ist ein gutes gefühl mhm 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 damit mit einem 3d dran mit dem 3d ist sogar ist die die kommen das haben wir nicht gekriegt weil da haben wir nicht in einem nicht im 5k level alle busselteile gesammelt aber raus hier raus hier raus hier auf zudem kommen insel 6 weil die ist überhaupt nicht schwer und ich kann sagen die ist überhaupt nicht schwer trotz seinem eis allein zu zwei haupt wieder weitermachen oder wollen wir erst das b-level machen war schon drin ja da war da waren wir jetzt ein paar drin aber wir haben wir sind gegangen ne warte halt ja doch wir sind gegangen tropfstein entfernung versuchen wir es war es vor zehn minuten auch schon vergessen wo uns in der lege gegen ja er ist so vergesslich nicht meine freunde wie gut dass ich da bin das kommt gar nicht bekannt vor okay da es ist mit dem dynamit das war nicht das heißt dass mit dem dynamit das war mit dem herabfallenden ding an ich fange sie mit meinem mund meine nase ich esse sie mit meiner nase das ist wieder nicht da hier ist erste puzzle teil also ja warte mal werfen da da werden richtig ja ist dass ich ein puzzle teile oder für drunter glaube ich äh fällt es runter kann es runterfällt nein dann teste mal aus nein nein ich fange über hier runter aber noch nicht so hoch hier allein zurück genau so ich erlege ihn weißt du noch den 5. bosskampf mit dem eis während der sein eis geschleckt hat ja ja wir haben ihn beim eis essen gestört Wer diesen Part nicht gesehen hat, unbedingt ansehen. Okay. Okay. Oh nein! 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 Holen wir uns das Ohr! Wollte ich auch gerade sagen. Holen wir uns das Ohr! Einfach so ein Kriegschalter. Nein! Was? Ich wollte dich ärgern. Sie hat aus meinem Fass rausgucken. Wir können gar nicht kaputt machen. Oh, doch so. Aber, 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 aber. Darum ist was? 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 Bewegt ein faulen Internet? Nein. Auf zum Bohnen-Spiel? Nein, nein. Einst davon haben wir auch nicht geschafft. Vorhin? Ja. Mh, mh, mh. Du, 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 du. Du, 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 du die fliege ist ein schmetterling ist das gleiche springen aber dann möchtest du auch nicht rüber ich kann nicht gleichzeitig ein stoffer sein mit meinen arm flattern warum kannst du es nicht bist doch dieses mal musst du in den kreis vorkommen ich bin von gekommen okay kommst du gefrikser also genau dann kannst du mal einsam ich denke ich sammle die sammeln die sammeln so das spiel haben wir verschissen ja weil du da wie ein steil runter gefallen ist ja aber ich bin jetzt später als stein runtergefallen wollen bitte nicht wieder wie ein stein runter okay weil ich gar nichts versprechen wir haben schon sechs ja wir schaffen ja ich finde das voll seltsam und stimmt nur mit uns nicht warum schaffen wir jetzt auf einmal die bananen haben sie haben sie essen du musst die banane abbleiten auch 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 was machst du da warum machst du das warum machen sie das ja ich erinnere mich aber am mensch ist das puzzleteil man muss nach gero einsammeln genau ja genau wir haben alle sieben teile und unsere geschichte erzählen ja jetzt sehen wir irgendwann unsere enkelkindern ja ich komme weiter wir müssen erst nach rechts und dann noch links schießen ich glaube das ist das geheimnis ansonsten müssen wir mal den pate kurz unterbrechen und dann ich bin nur ein paar du wirst nicht mein sind bei ja 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 und da war bestimmt das ende ja immerhin war habe ich herausgefunden wie wir das machen müssen das ist ein bisschen stolz auf mich ja ich weiß ich will was machst du darauf bin ich nicht stolz ich wollte die münze haben sie glänzt und da war eine banane doch wichtig einfach nur so ein wildes gestampft bevor ich ja ausraste ja aber immerhin wir haben es geschafft und wir haben alles gefunden ich glaube wir werden in diesem ich glaube wir werden heute fertig ja glaube ich auch ja und der letzte muss ja jetzt schon bei der vorletzten ich glaube sind schon beim vorletzten level magma mia magma mia ich frage mich ob das eine anspielung ist überhaupt nicht ins zwei sind danach ja einer ist der boss und das andere ist das car level bevor wir den netzten was machen machen wir davor noch das car level ja bist bereit wir sind jetzt auf jeden fall bereit in dieser aufnahmesession dieses spiel zu beenden und dann mal was neues anzufangen und wir haben auch schon einen plan was es ist aber wer ist natürlich nicht sagen ja also seid gespannt und ich meine da niros 200 abonnenten die freuen sich doch bestimmt und ich sind für meine 25 abonnenten kann dazu nichts sagen dass alles stehen und liegen wenn du gesehen hat ich neues video genau machen sie es wirklich ich habe auch dieses dieses widerliche magma lebe ich kann mich noch gut an es erinnern ich habe mich nicht du kannst dich an du kannst dich an nie etwas erinnern und wir sind schon gerüstet das ist aber noch nie in meinem leben gegessen ich wollte die bananen haben sie waren so schön gerüstet ja nach seiner stehen auf bananen wenn man werden horn aufreißen ja so wie kann man müssen alle buchstaben machen alle einsammeln er hat müssen wir in jedem in jedem level wieder vor die kommt jetzt würde ich zwar nicht mehr spaß noch so dass denn warum machst du das warum machen sie das hätte gekommen ich trage ich trage ein nasser mit meinen haaren ja das ist eigentlich alles physikalisch gar nicht möglich aber wir sind hier in einem videospiel da ist alles möglich genau 5 1 und 5 1 und 5 1 jetzt gut ich habe den sprung nicht geschafft also an fünf tonnen schweres nach vorne ja wenn sie nicht so mit deinen haaren einfach so die luft hat das ist ja voll unlogisch also total verwendet der neuen erlager also todtodschmerz trauerverzweiflung erwidern sich nicht irgendwie im becken von lava ein wird nicht im becken von lava eintauchen für ein puzzleteil ja also wir tun also ich mal nicht so ein prozess mein rechtes bild ja so ein warte lasst du dich da runterfallen da hätten wir eigentlich auch weiter springen können ja schon so was bekommen ja klar so weit sind wir schon gekommen ja da sind wir sogar mal fragt ja du steuert und ich klappe ihm auf den hintern mitgenommen hauptsache ich wollte die eule mitnehmen sie musste dafür bezahlen nur weil ich nicht da du am leben bleibst ich musste die heule töten sie wusste zu viel dieser natürliche natürlich die pinguine und die karte die karosse die sind natürlich ihre natürlichsten feinde naja ja nur ein kürze schon uns gehen genau das ist donkey kong ja window so silverуль da oben ich ver apolog ich weiß gas 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 gasol ich bin sehr gespannt und wir wissen nicht wie das k-level aufgebaut ist sind alle kinder hintereinander da sind wir auch für so ein paar machen können alle karl hinterland genau da werden wir aber ich glaube ich gehe aber immer am ersten frecken ja stimmt okay da ist da ist der boss und da ist das klar okay dann haben wir eigentlich alle abgeschossen ja allein gehst du hin ich würde schon mal zurückgehen davon daraus kommen wir zum k-level naja ist rechts ich muss nach rechts und noch mal nach rechts unten noch mal rechts ich wollte eigentlich zum kalle und noch mal das ist von kristall da können wir gerne noch mal vorbeischauen ja wir haben wir treffen uns mal karl aber in der nächsten auf ja okay das ist dann und tschüss tschüss